Knusper, knusper, knuschen, nicht knabber, Lebensmittel. Nun herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero zusammen mit Jay, Vivi und Sam. Dankeschön, Jay! Ich schieße hier einmal da rein. Okay, genau. Hi, alles zusammen Willkommen und wir sind alle ein bisschen merkwürdig heute. Ich hab noch Leben. Not normally, just nur heute und los geht's. Leben. Alles klar. Guck mal, Leute. Leute, Leute, wir dürfen hier nur 50 fahren, das heißt, wir dürfen nur 50 kmh haben, wenn wir rennen. Ich kann sogar rückwärts. Keep it all the way! Alters, okay, Jay ist weg. Oh, ne Fütze. Plitsche, platsche, platsche, platsche. Was für ne Ritze? Oh, ne Fütze. Achso. Oh, wie schade, Alter, wie geil werden das, wenn du da durchläufst und es macht Plitsch, Plitsch, Alter. Ich mach doch Plitsch, Plitsch. Nein. Ähm, wir haben ja hier eine Kirsche. Ich mach nicht Plitsch, Plitsch. I talk to you. Links sind Häuser. Entschuldigung, ich hab einen Ohrwurm. I talk to you. Ja! Oh, jetzt hab ich Ohrenkrebs, danke. Ich auch. Ich bin jemand mit eurem Kalkon. Waschmaschine, lebe länger. Oh, guck mal, da sind Schilder. Wir machen doch gar keine Schlosswerbung. Hier ist der neue Björk 300. Würde ja niemanden haben. Österbik und Valtamn. Salthamn zwei. Okay. Zwei. Zwei Kilometer. Salthamn zwei. Nicht ober und unter, nein, sondern zwei. Wieso? Bei uns heißt es ober und unter und hier ist es einfach eins und zwei. Ja, aber das ist aber einfallsreicher, ober und unter ist einfallsreicher als zwei. Finde ich nicht. Das ist genau dasselbe. Ja, eigentlich ist es schon. Finde ich nicht einfallsreich. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Könnt's aber auch lassen. Wir können's auch gerne lassen. Wir können auch gerne diskutieren. Weißt du, ich frag mich eigentlich, warum gibt's hier in den Häusern... Wer stellt sich in den Häusern dann Munitionskisten nebens Bett? Ich? Hallo, wir sind... Ich hab ein Zettel gefunden. Neue, auch nein, wieder eine Mission. Dann, dann mach doch den Zettel. Der Zettel erwähnt einen Notfallvorrat bei einem Steinhaufen in der Nähe. Das nächste Mal lest die Vivi vor, sonst hau ich dich und peitscht dich aus. Und danach... Johanns Notiz am Kühlschrank. Was schlägt am Kühlschrank? Johanns Notiz am Kühlschrank. Steffi, das Militär eskortiert alle zum Bunker. Notfallprotokoll, Fragen nicht gestattet. Was zum Veröffentlichen ist diese Woche in Schweden los? Wie blöd hast du ausgerechnet jetzt wieder zu Hause bist? Wenn du dies ohne mich findest, gehst du unserem Steinhaufen am Ende des Pfades der Götter. Erinnerst du dich an meinen ersten missraten Heiratsantrag? Gehe einfach dorthin. Ich dich auch, dein guter alter Johann. Hä? Oh, Alter. Wie viele Heiratsanträge bitte schon kann man machen in seinem Leben? Keine Ahnung. Mein erster Missratener... Wie viel Missratener hatte er? Da steht leider nicht dabei. Ich tippe auf 10. Wahrscheinlich einen. Allein schon wegen dem Namen, Johann. Ja, genau. Er kommt aus deinem Aussehen drauf an. Suche im Haus nach weiteren Informationen über den Steinhaufen. Wieso sollte ich das tun? Interessiert mich das? Nein. Ich will eigentlich wissen, was hier passiert ist auf dieser Welt. Weil ich weiß wohl es. Zumindest ist es ein Steinhaufen und kein Kackhaufen. Er ist direkt vor der Haustür. Eherne? Hu 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 hu. Hä? Hm? Ich glaube, gegenüber von der Straße war doch normalerweise... Ja, stimmt. ...da ist ein Kummer hier der Steinhaufen. Warum soll ich jetzt noch Informationen suchen? Der liegt direkt vor der Tür. Achso. Hey! Wer hat mich da rausgebumst? Ich. Muhaha. Warum bumst du mich? Weil ich es kann. Alles klar. Das hat er jetzt nicht gesagt. Ich will zum Steinhaufen. Ich will looten. Wir müssen erst ein Zettel finden, damit sie wissen, dass der Steinhaufen da draußen ist. Ach. Ach. Beim Steinhaufen hier ist nichts. Ich bin im Kreis gefangen. Hilfe. Ich komme nicht mehr raus. Ähm, ich kann die Kiste nicht looten. Da ist es. Ja, die kann keiner looten. Alles klar. Warum steht die Kante? Ja. Es kommt. Es kommt. Weil die einfach... Es gehören mir. Lass mich weg. Du hast den Zermatt wieder. Wo ist der Steinhaufen? Hinterm Haus. Soll das der Steinhaufen dran? Komm her, du Fickfiech. Fickfiech? Wo ist ein Fickfiech? Oh, leergeschoss. Abgestaubt. Da ist noch eins. Bibi, merkst du was? Ich... Was soll ich merken? Keine Ahnung. Gut. Ich hab auch keine Ahnung. Ich hab's gut... Ich hab's abgelenkt. Nee, es ist so still. Die Waschmaschine ist still. Ja, die ist auch fertig. Cool, ne? Ja. Wow. Technik. Endlich wieder in Ruhe atmen. Moment, warte mal. Oh, die kommen vorne rum. Wie gemein. Ich suche mal im Haus nach unten. Information. Ach, du Gott. Speedhook. Guten Tag. Leute. Zweifeln hoch. Awesome. Lena schobst mich jetzt wieder weg. Hallo? Schobst mich noch an. Geht's noch? Voll ins Ohr. Wo sind hier Informationen? Ach, toll. Ach, komm. Wie wird es doch einfach? Unterschlupf freigeschaltet. Vater des Gottes. Kirche. Yay, wir haben den Unterschlupf. Freut euch, ihr Christen. Hier oben, hier oben müsst ihr hinkommen. Sammelgegenstand. Hier oben. Ich will, ich will haben. Ich komm nicht über den Altar. Ich hab doch gewusst, dass ich bis jetzt nicht... Das sagen sie alle. Alles klar. Ist jetzt mal auf, hier rumzuspielen? Nein. Komisch, dass es die Viecher nicht anlockt. Wir sind doch eigentlich beim Phantom. Alter. Das ist geil. Ich muss nur sagen Phantom der Opa. Natürlich, Rutsch. Ach nö, das Tief ist doch das Schöne. Tiefer komm ich nicht. Männer, euer Vater. Nein. Wo seid denn ihr? Lasst mich hier, Runa. Lala. Hallo? Wir sind in der Kirche. Okay, wo in der Kirche? Oben. In der Kirche. Okay. Hey, mach mich nicht. Oh. Ich liebe das. Die Orgel ist so geil. Erinnert mich, der Fluch, der kam nie weg. Wie gibt's hier gerne Radio? Das ist echt immer geil. Das ist ein Orgel-Spiel. Ja, ja. Sind das immer die gleichen oder hat jeder Charakter eine eigene? Keine Ahnung. Ich glaub, das sind immer dieselben. Drei Stück, glaub ich. Ich we- Ja, drei Stücke jetzt. Such mal ein Radio. Nein, ich suche mein Radio. Hatte uns auch immer dasselbe Lied, aber Kopf hoch. Ja, aber da kannst du richtig abdancen bei dem... Trollolol. Will ich alles nicht? Ah, mein Rücken. Einmal suchen, einmal suchen. Ich mein, was für Dance-Move willst du denn machen bei der Orgel, weißt du? Ey, ich würde das Phantom der Oper ganz hören. Es geht hier ums Tanzen. Uh, was haben wir denn da hinten? Ich hab die Relais-Antenne gefunden. Lass sie weg. Schön, das freut mich. Schön, das freut mich. Ja, das klingt immer so... Das hast du gut gemacht, Jay. Das klingt immer so ehrlich, wenn sie das sagt. Wir sind stolz auf dich. Will ich von hier weg bleiben? Jay, du kriegst ein Leckerli. Komm mal her. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Wie? Bibi, komm zu uns. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt, 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 kommt mal her. Nimmt euer Sniper in die Hand und guckt bitte auf da ganz hinten hin. Auf da ganz hinten hin. Sniper ist wo? Zwei, eins, zwei. Nach Norden, Westen. Hinter dem Hügel. Hinter dem Hügel. Gebt uns eine Himmelsrichtung. Norden. Norden, ja. Direkt geradeaus in den Norden. Alter, hinter dem Hügel ist ein riesiges Vieh. Ich seh gar nichts. Hinter dem Hügel halt. Hinter dem Hügel. Der ist dahinter. Wir sehen den nicht mehr, weil der bei Starback abgeht. Los, wir locken es mal auf. Bibi, da sind Viecher. Ich weiß. Okay. Ich bin hinter dir, Bibi. Gut. Alter. Oh mein Gott. Ich hab's nicht gesehen. Komm zurück. Äh, wo ist das denn da? Hier hin? Ach, dahinter. Der Baum. Oh, da stehen noch ein paar. Rüderkart. Double Shot. Ich hab keine Antenne zerstört. Level 6. Ach, ich bin Level 6. Jetzt seh ich das erst. Du bist ein riesen Vieh. Hinter dem Hügel. Ja, also da lassen wir's weg. Ich komm, ich komm her. Ja, ich muss erst mal looten. Ich brauch Munition. Oh, ich hör's. Ähm, Inventar ist bei mir voll. Aua. Scheiße, ich bin tot. Wo ist es hin? Ja, da ist es. Wahrscheinlich. Ich rette dich. Na, danke schön. Nee, doch nicht. Bitteschön. Aber komm nicht selber. Deckung, komm, Deckung. Da ist es. Deckung. Leute. Leute, Deckung. Aua. Danke, Bibi. Bitteschön. Ich brauch irgendwas zu fressen. Siehste, Sam? Nicht dran gehen. Nicht näher dran. Bleib stehen. Lass das die Dame auch noch kurz betrachten, das Ding. Ja, ich muss erst mal mich fressen. Geheil fressen. Nee, du kannst das doch beim Laufen machen. Achso. Alter. Und da drüben auch. Rechts. Was? Da kommt's gelaufen. Oh, nee. Die wollen aussehen. Da rechts und da unten. Alter. Tja, da habt ihr euren Fight. Äh, Lena, guck mal da links runter. Ach, nö. Alter, was ist das denn? Das ist ja noch größer. Ich werd's mir jetzt holen. Ähm. Ey, wollen wir das Ding angreifen? Jetzt ohne Scheiß? Ich hab's angegriffen. Okay, schön. Oh Gott, das schießt. Ah, ah. Das hast du erwartet. Das sind noch die Kinder vom Rücken. Alter, wie geil. Das sind kleine Viecher noch dabei, übrigens. Oh, ja. Danke. Ist das nicht wahr? Ist das jetzt nicht wahr? Nein! Boah. Alter, ich wurde weggebogen. Oh Gott! Boah, ist scheiße. Ich muss weg. Sam, Lena, wir müssen kurz nach hinten. Ich muss mich heilen. Baby, wo bist du? Die liegt ja rechts. Kann man dich aufheben? Ah, nee. Ich hab's wieder da liegen. Oh, du hilfst. Okay, ich bin weg. Ich muss mal... Ich hab keine Munition mehr. Toll. Boah, ich versuch dich zu retten, ne? Bäume ab, hau den Weg. Riechen geballert. Was? Hm. Ich lebe noch. Alles gut. Na, komm, 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 komm! Ich hab dich beim Abhauen in den Rücken geballt. Nooo, ich brauche deine Ehre, ey! Nass! Boah, ich hab das Heim gekriegt, ey. Ich hab mich gerettet. Ich brauch Munition, ey, ganz dringend. Du hast mehr als Leid geballt, oder? Ich weiß, trotzdem hab ich keinen Muni mehr. Kannst du keine Muni mehr haben? Ja, der ist daun, der ist daun, der ist daun, der ist daun. Nein. Jetzt, jetzt ist er daun. Äh. Oh mein Gott. Was macht der denn? Der fliegt? Hohexpressives Mess. Alles klar, das dringend brauchen wir jetzt. Ähm, Sam. Gegenstab. Äh. Ich kann das nicht nehmen. Scheiße, was kann ich aus meinem Inventar werfen? Äh, Platz zuweisen. Ist das auf dem Platz zwei? Ich so. Mann, ich brauch Interaktion. Es gibt eine Granate. Okay, ich kann das aufnehmen. Inventar. So, wo hab ich das Ding? Ne, die Granate will ich nicht. Hä? Da oben. Ich will die Granate haben. Ein Waffe anbringen, Granatgewehr. So. Die haben Granatgewehr gekriegt. Näh, ich hab das, das ist das Granatgewehr, der Granatgewehr aus dem einen Bunker draußen. Den wir gelootet haben. Äh. Baby, wo? Da ist die Lena da oben, okay. Wollen wir dann zum zweiten rüber? Ja, wartet ganz kurz. Ich hab irgendwie einen hier noch looten. Ich hab gar keine Muni mehr. Hä? Ich hab noch ein hochexplosives Meerwerk geschossen, aber ich kann es nicht nehmen. Ist hier irgendwo noch ein Viech? Drohne kommt, jaja. Ich möchte das jetzt haben. Wie wird das jetzt? Drohne ist down. Ich wechsle mal kurz. Also ich hab den Granatgewehrfer, ne? Also da ganz hinten rechts ist das Ding. Ich wollte kurz sagen, da ist noch einer. Sam, alles gut bei dir da unten? Warum hab ich fürs Maschinen... Ja, ich musste nur ein bisschen Platz machen für mein... Für mein... Ähm, wo ist das Ding? Inventar. Links. Da hinterm Berg. Links da. Du, 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 du. Guck mal nach links. So in Richtung Norden. Ja. Ne, Norden, Nordosten. Werben sie mal bitte stehen? Nein. Hm. Kannst du mal auf die Dame dahinter warten, auch kurz? Was auch immer die da hinten macht. Ich dachte, ich renne halt schon mal vor. Und dann stirbst du elendig, oder wie? Hat doch Adrenalinspritzen, alles gut. Hm? Sam, du auch. Sitz. Nein, ich bin schlauer. Lena, du kommst, alles klar, gut. Ähm, ich würde sagen, ich lenke das Feuer auf mich, oder? Gute Idee. Wer ist es? Weil ich hab den Granatwerfer. Ehm, Raketenwerfer. Wie kannst du dir, Lena? Wo bist du denn? Ich bin hier. Ah, hallo. Alter, ist das Ding riesig, ey. Ja. Hihi. Das ist schon ein bisschen Bambuso-mäßiger. Ich frag mich, ob es noch größere gibt. Ich glaube schon. Äh, der Endboss vielleicht? Oh, ah, ich weiß. Wir müssen übrigens hinter den, hinter den kommen. Da ist der Tank, den wir abschießen müssen. Ach, cool. Ja, na, warte mal. Dann nehm ich mal. Na ja, ab und ne, erfeuert. Daneben? Nee, du hast getroffen. Wir sind ab... Moment, ist das nicht ein anderer? Das ist der gleiche, die beiden eben, oder? Ja. Ja, so, in den Innen, ja. Sehr gut, Lena, sehr gut. Oh, 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 oh. Hat mich getreten, das Schwein. Sehr gut. Das Schwein. So. Äh, lol. Ähm, ja, fast. Ich glaube, ich kann fliegen. Respekt, Alter, ey. Das ist ein zerbrechende Munizekon. Rauchgeschoss. Alter, da waren zwei Stück gleich in einem, ey. Wie geil. Wir kriegen Besuch. Okay. Ups. Hä, wo wieder hin? Hä? Wo? Was, wo? Ja, hinten bei der Farm. Bei uns. Da kommt noch was Kleines. Aua! Der ist da unten. Das gibt's doch nicht. Fress, 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 fress. Da ist noch einer. Ja, los geht's. Was up? Divek? Wir sind bei Divek. Divek? Divek? Ja, da müssen wir hin. Da ist da eine Aufschlag. Au Gott, der ist neben mir, ey. Da ist kein Angriff vorbei, ey. Na, scheiße, keine Rony mehr. Aua. Das hat mir nie mal wegetan, ey. Sorry. Oh, fuck. Oh, Bibi. Ich liege. Aua, ich brauch, äh, Schutz. Der ist, der ist, der ist, der ist. Oh, ich liege auch. Wo ist, Bibi? Wo ist, Bibi? Da ist, Bibi. Da ist, Bibi. Klar, der ist, der ist, der ist. Oh, Mann. Machen wir es so. Super, ey. Danke. Ich brauche Hilfe, Freunde. Holy moly, ey. Hey, direkt in den Rücken, das geht aber nicht hier. Hey. Sammy, ich komme. Du heiliger. Hey. Hallo. Was machst du da oben? Wieso kann ich dich nicht mit E halten? Verstehe ich nicht. Halte E, Adrenalin benötigt. Leute, ich kann Sam nicht retten. Ja, da kommt was. Jetzt habe ich den Rücken. Bibi. Ja. Ne, ich kann ihn nicht holen. Hast du was mitgekriegt, dass der Sam nicht gerettet werden kann? Ah, scheiße. Ja. Hab ich hinzukommen. Ja, okay. Weil du lootest da so seelenruhig weiter. Ja. Aua. Hm. Oh, Gott sei Dank. Endlich wieder Muni dafür. Aber, Mubi, wie hast du da unten gesehen, dass die Tasse da schwimmt? Oder über den... Tasse schwimmt? Ja. Hab ich nicht gesehen. Die Sch... Oder... Die da. Okay. Jetzt ist sie weg. Samy, wollte ich retten, aber es ging nicht. Oh, der kleine Samy-Boy. Warum nicht? Alles gut. Warum nicht? Warum ging es nicht? Verstehe ich nicht. Das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ich weiß auch keine Antwort. Das ist seltsam. Ja, weil du keine Adrenalinspritze dann hattest, ne? Okay. Und die brauchen wir scheinbar dann. Ja. Um jemanden zu retten. Weil du kannst dich ja auch selber wieder heilen. Hm. Wenn du Adrenalinspritzen hast. Ja. Ich brauche Munition für mein Automatgewehr. Wie viel Schuss hast du denn noch? Null. Mensch denn, Scanners. Mach nicht so lange rum. Au, ey, ey. Was macht ihr denn alle mit der Munition, ey? Schießen. Ja, aber ziemlich häufig. Also ich hab auch... Ja, natürlich, ey. 127 Schuss. Tja. Der mag mich. Ich kann mit eh manche Kommandos nicht machen. Verdammte Nille. Merkwürdig, 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 merkwürdig. Ah, Mission abgeschlossen. Gemeinsam stark. Warum auch immer. Klo. Ah, guck mal. Finde den verschollenen Armee last auf der Straße nach Maske. Aber, aber, aber. Sehr gut. Wieso hab ich nur das Glück, dass ich gegen Zweifel da abbringen muss? Ihr Arschlöcher. Was los? Ne. Wo rennst du denn rum? Mittenüber, quer was fällt. Achso. Achso, sag doch was, Alter. Ich krieg, äh, dann setz dich doch das Scheiß rein. Ich hab gedacht, das wär nur einer. Es sind sogar drei. Uh. Shit, was. Mal kurz. Äh, Zettel. Notfall. Pass auf, Sam. Zettel? Jetzt bitte auf die Karte gucken. Irgendwas. Ah. Steinhauen. Jetzt hab ich für den Schmuck da hinten, weißt du so ein wichtiges Utensil verballert. Unfassbar, ey. Guck mal, hier ist ein bisschen Gras im Kofferraum. Oh. 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 Geschieht dir recht. Ja, natürlich hat ein Hunter, Alter. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpkin. Ich hab keine Ahnung, was gibt's da, aber die sind auf jeden Fall groß. Wo bist du? Ah, der Hunter ist da. Okay. Ja. Okay, der Hunter ist wo? Ah, das sind zwei. Alter, wen hast du denn mitgebracht? Drei. Und, kommst du mit, Baby? Hallo. Hey, brother away. Wie der noch so dreckig schlacht. 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 Weißt du, ich komm da jetzt hin und dann ist nix mehr. Oh, ja, ey. Ich hab nur zu bleiben. Vor allem am Ende sehen wir nix. Und die killen einfach. Bin schon gleich wieder down, Alter. Moment, ich muss kurz. Sag, wie viel hast du dir denn mitgebracht, bitte? Drei Stück. Aua! Ich bin tot. Und zwei Meter rum. Hände weg! Oh, es sind alle drei down. Juhu! Boah, ey. Aua! Ich weiß ja jetzt, wo ich gerade mein Raketenwerfer nachgeladen hab, weißt du. Alter, Alter. Ich hab zwar mal lange überlebt, okay? Alles, das ist ja wirklich unmöglich sonst. Yeah, ich bin Level 7! Angeber. Das freut mich! Yeah! Wieder ein Fertigkeitspunkt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Mann, gibt's nen Papken. Ah. Geh mal die Männer, ey! So, wo war noch ein Fertigkeitspunkt? Du! Das hat bestimmt mein Mikro wieder total übersteuert, weil ich so gepolt hab. Erhöht die Informationsmenge mit deinem Gegner. Gab's da hinten den Unterschlupf? Äh, in der Kirche gab's den Unterschlupf. Nur. Ja, hab ich den. Da hinten? Ja, den hab ich, ja. Hab ich den auch? Ja, hab ich auch. Oh! Ja, hab ich auch. Ich wüsste, wie wir das umgehen können mit dem Gas, gell? Wenn wir auf Chemiker gehen, erhöht der den Basiswiderstand gegen Gas um 10%. Okay. Das ist schön. Ich nehm aber das klar. Das ist fein. Ich nutze jetzt mal in Zukunft das Fernglas. Ich kann jetzt nämlich ab jetzt euch sagen, wie stark unsere Gegner sind. Okay. Ja, cool. Egal, wir blasen sie trotzdem. Ja, das so oder so. Aber so wissen wir schon mal, so können wir Taktik ja dann da dran gehen. So, wo müssen wir jetzt hin? Hä? Wie wärs denn, Mädels? Wir machen, wir spielen irgendwann mal nen Taktik-Shooter. Ja, genau. Natürlich. Äh. 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 Ghost Recon Wildlands. Loot. Das wär lustig. Das wär lustig. Das würd sogar Spaß machen, glaub ich. Ja, ich weiß. So. Ist hier auch noch Loot? Nein. Oh Mann, hier ist kein Loot. Wir haben ja die ganze Nacht heute Zeit, ne? Ja, können wir noch ein bisschen spielen. Ja. Genau. Gott sei Dank. Ach Mann, ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Ich krieg die Krise. Hä? Hä? Ähm. Was hast du mir angetan? Oh, Entschuldigung. Ich hab's doch gar nicht gemacht. Du hast es mal gesagt. Äh, ich bin vorgelaufen, Entschuldigung. Äh. Ich dachte, ihr kommt mit. Weißt du, immer die Leute anscheißen und dann selber vorrennen. Ja. Ja, ich dachte, ihr kommt mit. Entschuldigung. Rammelkaninchen. Ich bin ein Rammelkaninchen, genau. Ja, okay. Ich hoffe. Man nennt mich auch Valentin Rammelkaninchen, ne? Oh. 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 Ja, ein Schicht. Da wird's mit dem Sarazer gemacht, ey. Oh. Geil. Ja, gut. Mich nennt man den mal reinstecke, Fuchs. Oh. Ja. Lena. Ja. Suchen wir uns ein Zimmer. Oh. Moment. Was? Ach ja, Bibi. Warum nicht? Ja. Lena ist auch da. Das heißt, ich darf jetzt auch hier drin looten. Ich hab ein Tagebuch gefunden einer Überlebenden. Cool. Läs vor. Ich krieg die Tür nicht auf. Äh. Keine Ahnung. Ich kann das gar nicht vorlesen. Hast du nicht? Ach maaaann. Könnten. Das wär mal echt spannend jetzt gewesen eigentlich. Äh. Mission, Sammelgegenstände, Welt. Nein. 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 Die Gartenzwerge sehen irgendwie schon aus wie so ein bisschen so wie ein Penis. Du hast Gartenzwerge gesehen? Wo? Wenn du auf Lok gehst und dann auf Sammelgegenstände und dann Gartenzwerge. Das sieht schon ein bisschen aus wie so ein Penis. Ich hab ein Gartenzwerg. Ich nicht. Ich hab gar keinen. Gartenzwerg? Ich hab keinen Platz in meinem Bild da. Ich hab keinen Penisgartenzwerg. Hab ich nicht. Ich hab 14 Dallarpferde. Ja und da drunter steht ein Gartenzwerg. 14 Dallarpferde? Ja. Ähm. Was haben wir hier? Da haben wir nichts mehr. Ja kurz. Reloaden. Nein scheiße. Ficken. Ich nicht. Gott sei Dank. Hier sind zwei Autos. Braucht ihr noch jemand? Autos? Wenn du... Wenn du so ausm... Ähm. Bist du fertig Sam? Ähm. Noch nicht ganz. Mit den Nerven, ja. Okay. Dann bleib ich noch ein bisschen bei dir. Bist du fertig Sam? Oh. Das war's schon. Ja bevor der Sam da alleine wieder bleibt, frag ich mal lieber nach. Was denn? Bin ich alleine? Ich hatte drei Kumpels dabei. Ah nix. Alles gut Sam. Ich hatte drei Kumpels dabei. Ich hatte drei Kumpels dabei. Ja. Ihr habt sie getötet. Wir haben sie tot gemacht, ja. Sie haben uns angegriffen? Das stimmt gar nicht. Wir wollten nur Aufmerksamkeit. Achso. Na dann. Ja ist das so schön. Wir sind ein tolles Volk. Was? Ihr bringt einfach so meine Kumpels. Wir sind ein ganz ganz tolles Volk. Wir sind ein Volk. Das ist faszinierend. Achja wir sind ein Volk. Ah. Ach scheiße. Okay. Ja wir... Da siehst du andere Völker hier auf die... Hier in Schweden oder? Hä? Es gibt nur noch was hier. Wir sind aber kein Volk. Doch jetzt sind wir ein Volk. Mama Bär, Papa Bär. Ah alles klar. Äh ne. Ich verzichte. Ah. Da unten ist nix mehr. Gesperrt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich hör irgendwas. Was ist denn das? Musik. Was ist das für ein Geräusch? Ich will die Tür auch hier aufmachen. Ich mach den Sprinkler. Ich will die Tür auch hier aufmachen. Äh die nächste Arbeit die wir hätten wäre hier. Ja ich hab selber Schlösserknacken aber es geht nicht. Ja. Bei mir geht's auch nicht. Hm. Komisch. 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 Aber Schlösserknacken kannst du doch noch erhöhen. Lena dein Rechner. Entschuldigung. Ich muss reden. Da hinten ist irgendwas Großes oder das ist ein Baum. Ich hab keine Ahnung. Das ist was Großes. Ich will drauf schießen. Entschuldigung. Ich pack den wieder ein. What? Angeber. Wo denn? Lena? Achso. Entschuldigung. Hier in die Richtung. Ja. Mach's doch oben mit dem Radar. Sag mir das doch mal da. Ähm. Moment. Fähranlage. Wenn man hier steht dann... Na ja da. Seh ich's jetzt nicht mehr. Wenn man hier steht dann seh ich's nicht mehr. Ich glaub das ist ein Baum. Hab ich denn für mein Blasgewehr eigentlich noch was geileres? Das ist in der Mitte von Südosten und Süden. Einmal mit Munition. Da. Meine Meinung nach ist... Wenn ich hier... Wenn du hier stehst. Komm weg. Das ist ein Baum. Vergiss es. Was? Möglich. Maum, 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 maum. Oh das ist super gemein. Was ist eigentlich mit der Eins? Kann man die wieder weg machen? Die brauchen wir ja nicht mehr. Nee. Die hab ich ja gerade gesetzt. Das ist... Da wäre unser nächster Auftrag. Achso. Okay, dann gehen wir da hin. Unsere nächste Mission. Ja, lass den laufen. Okay. Aber wo ist das Große? Ich will das Große wegschießen. Es gab nichts Großes. Das Große haben wir wieder eingepackt. Och, Mann, oh. Ich kann auch wieder rausholen, wenn du möchtest. Das Große war ein Baum. Ein Baum. Achso, nennst du den. Aha. Ein Baum. Und der Baum muss gefällt werden. Ja, dann mal viel Spaß. Du kannst gerne dem Mann seinen Ast absägen. Verdient hat er es mal. Ah, Mann. Nee. Baum. Was sagt die Zeit? Äh, 32 Minuten. 32. Wie viel hast du? Ich hab 28. Na gut. Ja, ich würde jetzt wahrscheinlich auch schon die 32, 34 haben. Okay. Da ist ne Farm. Wollen wir noch zu eins laufen, dann Folgenpäuschen machen? Hier ist ne Farm. Na gut, eins ist nämlich weit weg. Da ist ne Farm. Da ist ne Farm. Wollen wir noch zu eins laufen, da ist ne Farm. Ey, ich hab grad ein Dichavö auf der Farm. Ja, also bitte. Dichavö auf der Farm? Ich lauf erst mal zur Farm. Da, ja, ich weiß warum. Bei Nesby. Da hat er die drei geholt. Bei Nesby. Bei Nesby. Was ist das? Die haben mich halt gesehen und dann haben sie mich angegriffen. Was soll ich machen? Nesby. Ich hab sie aber gut gedamaged. Ja. Naja. Die haben dich gut gedamaged, ja. Du hast Hilfe gebraucht. Und Anna, Mama. Ich hab mich gut ausgeteilt. Den ersten hast du locker weggeblasen. Ja, mit einem Schuss. Da hast du recht. Oh, hier drin sind auch Blätter. Okay, gut. Sorry. Nein, ich hab schon wieder alles genommen. Ich will nicht alles nehmen. Das ist scheiße. Alles ist alles ist. Alles ist anders. Die scheiß Feuerwerksköpfe. Für was brauch ich die? Die haben wir sowieso noch nicht. Die sind geil. Die sind kacke. Außer einer hat er wieder im Radio geschmissen. Unser Nehm. Der geht an das Vogeln. Ja, der geht. Achso, für ein schönen Gruß, wenn ich hier noch ausrissen. Ah. Aufrüften. Aufrüften. Ah. Gruß zurück. Das ist noch eine Werkzeugkiste. Gruß zurück. Den müssen wir mitnehmen. Oh, das ist ein Herd drin, Alter. Oh, wir nehmen den Herd mit. Hier, schnapp dich. Ich will den Herd haben. Komm da nicht rein. Da ist noch eine Wachmaschine. Oh, ne. Oh, ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk. Ach, da ist die Feuerwerk. Da nimmt die Maschine. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Das ist hier gut. Oh, nix. Hey, die Tür geht auf. Cool. Mh, ne. Manche Tür sind hier aus. So. Aber nicht alle. Hier liegt ein riesen Schlauch. Geil. Och, packe ihn ein. Ja, okay, alles klar. So. So. Moment, mach ich meine Frau. Was? Sam. Sam, hast du ne Flöte dabei? Das tut langsam echt weh. Thomas, ey. Das tut langsam. Dann erhebt sie sich. Oh, nein. Das tut echt weh. Ah. Wollen wir Folgenpause machen? Gute Idee. Ja, sehr gute Idee. Könnt ihr euch mal befriedigen gehen? Ey, das scheiß Feuerwerk könnt nicht mehr auf. Das packt bei mir rum. Geil. Ist das einfach bloß der Samenstau oder irgendwas in die Richtung? Einmal wedeln, bitte. Deswegen hört das nicht auf. Und ist nicht in der Hose. Was, wenn ich hab das nicht gehört? Einmal wedeln, bitte. Nein. Na gut, dein Mann kann das ja gern vor dir machen. Insofern. Wedel, wedel, wedel. Aber macht bitte den Ton aus. Ja, das will ich nicht. Er kann sich auch reinschleudern. Haha. Ah ne, warte. Lass es lieber der Waschmaschine. Die Waschmaschine hat sich fertig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh toll, du danced. Die wusste auch, dass bei ihm der Hauptnummer ist verloren. Ja. Ja. So, also. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Eben. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.